Gesundheit ist unser wichtigstes Gut von Anfang an. Dieses Gut erhalten die Ärzte der Kinderarztpraxis Kölges, Mosakowski-Meyer-Krott. Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt. Wir untersuchen in kindgerecht eingerichteten Räumen einfühlsam und nehmen uns Zeit für sie und Fragen ihrer Eltern. Neben allgemeiner Kinder- und Jugendmedizin bieten wir ein umfangreiches, breites medizinisches Spektrum wie Allergologie, Hautscreening und Ernährungsmedizin. Ihr engagiertes Team. Kinderarztpraxis Kölges, Mosakowski-Meyer-Krott.